Der Gamska-Kogelblick. Auf diesem Berg, auf dessen Mitte, erblickt man stolz nun eine Hütte. 1828, Erzherzog Johann hat sie erbaut, bevor er Anna Blochl hat getraut. 2467 Meter hoch, das ist nicht wenig, ist Europas höchster Grasberg, ein wahrer König. Die Hütte ist errichtet worden im Jahr 1828 durch Erzherzog Johann, der ja begeisterter der Gasteiner war, viel in den Berg gegangen ist, hat viele Gipfel bestiegen und auch Jäger natürlich. Übrigens, der Erzherzog Johann, der hat einen Sohn gehabt mit Namen Meran und er hat sogar seinen Wurm da schon aufgeführt. Auf dem Gamska-Kogel, man sagt ja auch, das ist der höchste Grasberg Österreichs. Es gibt Leute, die sagen, der höchste Grasberg Europas und das traue ich mir nicht ganz sagen, weil ich weiß nicht, ob nicht irgendwo im Osten noch Richtung Grussel noch höher war. Aber man kann es schon sagen, wunderschön da herum, das ist ein echtes Bergerlebnis. Gaudi, 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 Gaudi… Untertitelung. BR 2018